Hallo und Willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the B Team! Wieder mit dem Benni! Hallo! Hallo! So! Gut, in der letzten Folge waren wir schon recht fleißig. Das wollen wir jetzt natürlich weiter fortsetzen. So siehste, ich habe mich immer noch nicht schlau gemacht über dieses komische Energy Storage Teil. Ach genau, ich war hier auf dem Weg nach Wolle am Suchen. Wir brauchen unbedingt, ich brauche unbedingt Wolle. So, also wieder Bad. Bad. Schauen wir mal in die andere Richtung. Und wenn wir in die Kisten reingucken, was da so alles drin liegt. Alter! Respekt! So, sehen wir hier irgendwo ein Schaf? Ey, die Gegend hier ist auch ganz schön krass bewachsen mit Blumen und so'n Scheiß, ne? Wo ich hier gerne mal rein möchte, wäre in dieses so extra so Blumen-Bio. Ja. Nur so riesen Blumen sind. Sag ich, im Singleplayer bin ich da gespawnt. Hm. Das ist krass, diese riesen Dinger. Nur hier ist eine Kuh mit einem Mütterkopf. Einen Mütter-Held habe ich auch gesagt. Boah, je, je, je. Ein braunes Schaf. Gib mir deine Wolle. Ah, Schaf, da klotzt du blöd, ne? Wenn mit einem so'n blöde Bett angeflogen kommt und dir die Wolle klaut. Ja, meh. Meine Wolle. Meh. Gib mir deine Wolle, Junge. Oh. Ach, bist du ein kleines schwarzes Schaf? Mir egal. Nackig. Lol. Das brauche ich. Warum? Leute, ich muss unbedingt wissen, wie ich diese Hüte mache. Ich muss das unbedingt wissen. Ich habe gerade einen Heiligenschein gefunden. Äh, äh. Ich habe einen Heiligenschein gefunden. Also, von einem Schaf. Von allen Sachen, die du als Hut haben könntest, passt der Heiligenschein echt am wenig zu. Alter, und ich habe... Und ich habe eine Atomrakete gefunden. Als Hut. Atomrakete. Als Hut. So. Eine Atomrakete als Hut. Yeah. Aber der Heiligenschein, der wäre schon wichtig. Hehehe. Also, jene ist auf jeden Fall ein Schneebium. Ebiom, war das nicht da, wo wir angefangen haben? So. Äh. Keine Ahnung. Scheiße, ich habe jetzt gerade keinen Arme dabei. Aber ich glaube, das hier ist, glaube ich, Öl. Das müsste eventuell Öl sein. Das brauchen wir als Treibstoff. Mhm. Weil wir müssen ja unsere Raketen dann auch betanken. Ja. Hättest du halt weiter weg gemacht, Alter. Das ist ja direkt am Haus. Egal. Na gut. Wenn wir einen Bauplatz brauchen, dann bitte nehmen wir das Ding einfach zu. Halt oben. Machen wir Deckel drauf. Ja, würde ich zum Schluss sowieso sagen. So, na gut. Okay. Das muss jetzt erst mal reichen, dann wolle. Das muss erst mal reichen. Ey, da gab es doch irgendwie einen Shortkey, wie ich direkt wieder auf mein Männchen wechsle, oder? Ähm, Öl. 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 Öl wie Döner. Und dann? Ah, okay. Was? Was? Öl wie Döner? Hast du gerade Öl wie Döner gesagt? Du hast mich gerade verhört. Naja, Öl wie... Öl wie Creeper. Öl wie Creeper. Meine Hunde. Siehste, der hat es genauso nicht lustig gefunden. Oh, bin ich jetzt abgehört, ey. Hat er sich gleich für einen blöden Witz direkt erst mal in die Luft gejagt? Halt dein Wunsch. Braucht die jetzt Aluminium für das Kabel, oder? Ja. Oder? Ja. Soll ich die scheißen Kübel machen? Ob nicht geht das mit dem... Ach, das ging ja glaube ich mit dem blöden Aluminium gar nicht, oder? Naja, das geht ja mit diesem scheiß Aluminium nicht, was ich da wieder geschmolzen habe. Eieiei. Kann man das nochmal brennen? Ne, kann man auch nicht. Fuck. Das ist auch Tinker Construct. Das ist scheiße, dass ich jetzt das falsche Aluminium geschmolzen habe. Das ist kack. Äh... Haben dir deine Minions schon Aluminium gebracht? Ach, hier ist noch ein bisschen. Äh, bestimmt irgendwo. Ja, weil Aluminium ist langsam knapp. Wenn du schlafen willst, ich bin gerade im Haus. Ja, ich komme. Auch mal in die Luft fliegen will ich nicht. Ja, deswegen. Hau mir lieber gleich mal schnell ins Bett, bevor du nochmal in die Luft fliegst. Hast du gesehen? Ich habe das Haus repariert, ja? Ne, habe ich nicht gesehen. Habe ich noch nicht darauf geachtet. Jo, und ich habe hier oben Lampen reingesetzt. Lampe. So. Jetzt hau... Jetzt hau... Jetzt hau... Jetzt hau... Jetzt hau ich mir mal das vielleicht mit dem... Mit dem kleinen Funktion, mit dem... Mit dem dünnen Kabel. Oh, Alter. Und, jetzt geht's noch weiter. Und jetzt auf den Sack. Jetzt hau ich mir mal Kohle. Jetzt hau' ich mir Mal Kohle. Ich hoffe, dass das jetzt wenigstens funktioniert, das würde nämlich sonst langsam richtig ankotzen. dass wir jetzt endlich mal hier diese scheiß stromversorgung hinkriegen so das ist rot das ist grün ist rot eingang oder ist grün eingang das sollten wir eventuell gleich mal noch austesten so das geht schon mal nicht auch nicht was soll denn das man das regt mich verlangsam auf alle ja komisch weil so so fühlt sich es auf mein herz ist gerade explodiert was dein herz ist explodiert wenn du da stehst denkst du an explodieren aber geht es eben dir heute hier war es die haben mir einen Bogen mitgebracht da haben sie irgendeine Viech umgelegt der muss doch jetzt irgendwie mal ihr energie abgeben alter willst du mich verkohlen will der will mich doch verkohlen alter wie sollst du das denn verbinden ich mein anderes war ja gibt es nicht mehr ich fühl mich weil mittlerweile echt verarscht von dem von dem mod weil das ist die oxygen pipe die brauchen wir nicht die ist dann nur für die luft da aber der muss doch irgendwie auch mal elektrik furnace kompressor elektrik kompressor fabrikator oxygen detektor raffinerie basic solar panel reproviosos So, ne, jetzt hat wenigstens der Strom So, ne, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, dass ich schon mal Energie zwischenspeicher Aber das ist doch auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich hier überall solche solche Dinge dazwischen mache Musst du doch mal mit Kabel verbinden können Komischerweise Na gut, ähm, jetzt schauen wir auf jeden Fall erstmal nach so einem so compressed Steel haben wir Eine Steel Pole Kriegen wir so Basic Wafer haben wir, Aluminium Wire haben wir auch Das haben wir So Okay, da brauchen wir einen Diamanten, zweimal Silikon, Redstone und einen Lapis So Ein Lapis Also, ich habe jetzt in der kurzen Zeit gesammelt Aluminium Erz Äh, 70x 80x Gut Eisen, fast 120x, Kupfer 100x Sollte auf jeden Fall reichen Gut, gut, gut Ideal Wenn du was brauchst, nimmst du einfach oben raus Vielleicht schickt jetzt aber nicht nochmal los die Minions So, jetzt habe ich schon mal solche Basic Solar Teile Jetzt brauche ich Aluminium Wire Ich wollte schon sagen Haben wir noch Schilder? Äh, nehmen muss welche bauen Okay, Aluminium Wire haben wir Was ist? Achso Ach gut Alter, ich brauche noch um einiges mehr Wolle Fuck, Alter Wo soll man denn bitte so viel Wolle herkriegen? Ich brauche ja echt, ich brauche ja echt massig an Wolle Ähm, Rubber Ich muss nochmal los, ich brauche nochmal Wolle So ein Mist, ey Na gut Müssen wir nochmal in die Bett Und verwandeln Ne, die blöde Spider Hallo? Die Anzeige will mich gerade irgendwie verarschen Ey, wenn ich mich in ein Schaf verwandle Ob du mich dann scheren kannst? Ich glaube nicht Ja, wäre doch aber Ne Möglichkeit Welcher Stil bist du? Ähm, so schräg links Wenn du rauskommst Siehst du mich hier drüben? Ah, da Ich brauche unbedingt Schafe, Alter Also Schweine und Kühe finde ich hier ohne Ende Ja Aber Schafe ist echt rar Ah, da unten ist ein Schaf Ich habe mir ja sogar mittlerweile extra eine Dings gebastelt Eine, eine Schere Das sind mehrere Schafe, das sind zwei, drei Wo? Da unten ist noch eins am Wasser Und da hinten drin, wo du gerade warst, ist noch eins Komm mit da hier Hier Und da ist noch eins Ah, hier ist noch eins Hier Blüten Oh, da sind ganz viele Schafe Komm her Hier Dann hier Hier, 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 hier Wo? Da Vier Stück Schafe Hier Vier Stück, vier Stück Ich mache euch nackig, Jungs Warum das sind los? Hast du noch eins, auf dem Baum? Öhh, neben dem Baum Hast du noch eins? Hier Hier Direkt unter mir Nee Ist mir egal Ich brauche deine Wolle, Junge Schafe, schafe, schafe Schafe, schafe Schafe Hier Hilfenzeug Oh, ey, ich hab das einmal Gravel gesucht. Schau mal hier hinten, Alter. Hier ist ein richtiges Gravel-Paradies. Das ist aber auch ein komisches Biom hier, ne? Komischer Eisbiom da, oder? Nee, das hier unter mir. Schaut irgendwie komisch, irgendwie recht strange aus. Okay, wieder zurück. Reicht das mal. Das reicht erst mal an Wolle. Zumindest erst mal für ein... ...für die erste Solarzelle. Das waren... das waren... das waren 16 Wolle hab ich gekriegt. Die Mining-Area ist schon riesig. Alter, das war... da ist... der님이-antas gab es so... Man sieht's auf jeden Fall auf der Karte. Ja, ey. Hahaha. Ja, auf jeden... ...auf jeden Fall. Die schöne Kanäle. Ja, äh, ähm... ...hauen wir uns gleich wieder ins Bett, oder? Super. Was war das Ö, ne? Ö. Ja. Na komm. Achso. Zack. Rinn ins Dahire. So. Wir werden auf jeden Fall noch diese scheiß Solarzelle bauen. Was hattest du jetzt eigentlich von dem Ofen drin? Äh, da ist glaube ich jetzt nichts mehr drin. Also ich glaube jetzt ist nichts mehr drin. Warte, dann pfeife ich dir mal ein bisschen Eisen rein, ne? So, jetzt bräuch ich Glas und Aluminium war ja. Hab ich mir nicht vorhin extra Aluminium mitgenommen? Hä? Achso, ne, hab ich gebrannt. Das gibt aber auch nicht viel. So. Achso, ich brauche Glas. Haben wir, haben wir gebranntes Glas? Komisch. Haben wir noch Sand? Hier. Sand? Irgendwo, irgendwo ein bisschen Sand, ein bisschen Sand haben wir noch da. Vier. Oh man ey. Nicht mal die einfachsten Ressourcen hat man da, das ist zum Kotzen. Oh, Mining Area, da will ich nicht hin. In die Mining Area. Bin zu mal drüber fliegen. Ich hab ja mein, 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 meine, mein Hauseingang hier. So eine Mining Area hab ich nicht schön gemacht oder... Ja. So da hinten war. Sand? Sand. Ja, du schwein, du interessierst mich jetzt eigentlich eher weniger. Ich will eigentlich nur Sand haben. Ja. Alter! Erschreck mich nicht wieder so, ey. Ich find das geil mit dem Morph, Alter. Ich find das so geil mit dem Morph. Erschrocken gewesen. Einfach mal als Garf. Oh, Alter. Ich war jetzt verächt erschrocken. Boah, Junge. Das war jetzt aber gemein. Ach ja, ist das... So, okay. Gut, dann brauchen wir jetzt diese Teile hier drin. Dann oben drüber war Glas und unten waren die Aluminium-Wire. So, wie viele brauche ich denn davon? Sechs Stück. Ne, halt von diesem... Ich muss ja erst mal die kleinen Solarplatten bauen, dann die größeren Solarplatten. So, ähm... Okay, oben drei. Ach, Quatsch. So. Und oben drüber war das Glas. Hä? Oben Glas. Achso, in der Mitte müssen die Dinger hin. Null. So, okay. Gut. Dann müssen die in die Mitte. So und so. Jetzt haben wir das Full Solar Panel. Okay, jetzt brauchen wir die Compressed Steel. Vier Stück. Sieben Stück. Ich will ihn nur rausfinden, wenn ich diese Scheiß-Füte bin. Sieben Stück. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ach, komm, Alter. Jetzt habe ich kein Compressed Steel mehr da. Leck mich doch am Ärmel. Ich habe schon wieder so einen komischen Kreis gefunden. Was Kreis? Ich muss mal schaden. Achso, hier ist so ein... Wo die komischen Zauberer rauskamen. Ja. Hä, sag mal, haben wir kein geschmolzenes Eisen mehr? Doch, äh, Hochofen. Hast du Eisen geschmolzen, oder was? Ja, also ich habe 50 Blöcke rein. Also normales muss jetzt Blöcke jetzt rauskommen. Blöcke... Musst man, du musst die Blöcke in der Kiste haben. Nee, irgendwie nicht. Eigentlich. Habe ich das schon alles verarbeitet? Glaube ich ja fast gar nicht. Ich habe dann ja das ganze Eisen verarbeitet. Was? Hier sind 50 Eisenbahnen drin. Löö, okay. Äh, 70 und 50 Folgen. So, aber nichtsdestotrotz, würde ich sagen, das war es dann wieder mal für die Folge. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Eee. Eee.